Boombaaaaaaa! Alter, mein Arm sieht irgendwie so aus, als wäre er aus Papier, Junge. Ich bin so ne Puste-Puste Dings vor Autohäusern. Woohoo, kauft ein Auto, Leute! Kauft ein Auto, Alter! Kauft ein Auto! Okay. Ich habe mal im Trinken gelegen, im Legen, im Sprachenlernen Bubble. Mann, komm, wie siehst du? Fertig aus. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Das tut richtig gut, wenn das jemand sagt. Wirklich. Ohne Scheiß. Das ist richtig schön. Jetzt ein ganz wichtiger Spruch, den ihr euch merken solltet, der eigentlich immer wieder mal auftritt, ist Punkt vor Strich Rechnung. Also wir machen erstmal, warte mal, Punkt vor Strich haben wir gesagt, ne? Genau, 3 mal 4 ist 16. Wow, what? Genau, 3 mal 4 ist 16. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? 2 plus 16 ist 18. Minus 5 ist 13. Können wir doch bestimmt einfacher machen, oder? Indem wir so machen, oder? Kann ich das nicht direkt ins... Dann heißen die Clips alle Kevin Fail. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber dann weiß ich wenigstens, dass ich da fail. Wie mache ich das Ding auf, hier? Wie mache ich das auf? Hoch, die Sabine ruft wieder an. Ich kann die Alte nicht mehr hören, ne? So, was ist denn jetzt hier? Oh, 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 äh, hallo. Die Tonsaft. Haben wir auch noch dabei? Ich glaube, hier kommt der... Ich meine, ich gucke... Scheiße! Hey, Harry! Hey, yo, something traumatic happened that changed my life, check. Oh, 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 oh! Oder wie? Allerdings einiges an Zeit. Für das hier ausgestellte Werk benötigte Seurat zwei Jahre. Es zeigt... Weißt du wat, alter? Da macht doch euren Scheiß selber, Mann, ey! Aua, das tut fast nicht weh. So gemütlich. Fang an, Jack! Los! Mal jetzt! Du sollst malen, hab ich gesagt. Bitte! Warte, Sexiness so. Bisschen so. Jetzt besser. So. 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 So.